Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen und in diesem Quick-Tipp geht es darum, wie du im kalten Markt sponsern kannst. Also, wie sponsert man im kalten Markt? Zunächst mal, was ist der kalte Markt eigentlich? Ich mag den Begriff nicht besonders, weil letzten Endes geht es ja darum, um eine Beziehung zu Menschen aufzubauen. Und ja, irgendwie finde ich den Begriff einfach nicht so wirklich angebracht. Der kalte Markt bezeichnet einfach eine Personengruppe, die dich noch nicht kennt, die du noch nicht kennst. Und es geht einfach darum, dass du ja zu Menschen eine Beziehung aufbauen kannst, die du oder die bisher von deinem Angebot oder von deiner Person noch nichts gehört hat, wo noch kein Kontakt zustande kam. Ja, im Internetmarketing wäre das zum Beispiel, wenn eine Person ja auf deine Webseite kommt und die hat eben vorher von dir noch nichts gehört, ja, sondern ist eben zum ersten Mal auf deiner Webseite. Ja, dann spricht man da von kalten Traffic, ja. Also, es sind, lange Rede, kurzer Sinn, es sind Personen, bei denen darfst du dir das Vertrauen erst noch verdienen, beziehungsweise das Vertrauen erst noch erarbeiten. Und es geht dann halt eben darum, aus diesen Menschen im ersten Schritt Interessenten zu machen, Kunden und dann eben den Vertriebspartner, die Person als Vertriebspartner einzuschreiben. Ja, so, und jetzt möchte ich dir aber nicht noch eine Fünf-Schritte-Formel an die Hand geben, an der du dich orientieren kannst. Da kannst du einfach eine Google-Suche machen, da gibt es, ja, Informationen in Hülle und Fülle, sondern ich möchte es einfach, ja, so machen, dass du, ja, etwas hast, wo du, ja, speziell in deiner Situation, ja, für dich damit arbeiten kannst. Und deswegen solltest du dir einfach zwei Fragen stellen. Im ersten Schritt, oder die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, welche Schritte muss ich denn gehen, ja, dass du dir einfach mal bewusst wirst, okay, wie sieht denn mein Prozess aus? Wie sieht es aus, wie sieht es aus von der Kontaktaufnahme bis zum ersten Gespräch, über ein Telefonat, bis hin zur Einladung, zur Informationsveranstaltung oder was auch immer, dass du dir das einfach mal notierst und dir einfach mal so den Prozess klar machst. Und auch klar machst, okay, welche Einwände entstehen denn auf diesem Weg, welche Bedenken haben die Menschen, ja, wie, welche Einwände muss ich regelmäßig erneut, ja, bearbeiten, um dann einfach im zweiten Schritt dir die Frage zu stellen, okay, welche Schritte von diesem Prozess kann ich eigentlich automatisieren, dass ich mich nur noch drauf fokussieren kann, am besten täglich neue Menschen in diesen Prozess eben zu bringen, ja, und da stell dir einfach mal einen bereits gewonnenen Kunden vor. Ich nehme an, du hast schon Kunden gewonnen und wenn nicht, dann stell dir einfach vor, ja, wie es wäre, wenn du einen Kunden gewinnen würdest, wie war der Ablauf vom Kennenlernen über das erste Telefonat, wie bereits eben schon besprochen, welche Einwände und so weiter hat die Person, mit welchen Zweifeln trägt sie sich, ja, und welche Antworten könnte ich ihr geben, beziehungsweise gebe ich ihr in diesem Fall. Trag alle Ideen zusammen, notiere deine Gedanken auf Papier und dann sieht dein Prozess vielleicht so aus, ja. Im ersten Schritt hast du vielleicht die Person kennengelernt, du hast den Kontakt hergestellt, das ging vielleicht über einen Direktkontakt, ja, oder ihr habt euch im Café unterhalten, wie auch immer. Ihr habt dann Telefonnummern getauscht, dann hast du ein Telefon, dann hast du mit dir telefoniert, hast den Termin vereinbart, ihr seid dann zum Termin hingefahren, du hast mit dem Interessent gesprochen, hast ihn dann auf die Informationsveranstaltung eingeladen, dann die Einwände behandelt und so weiter und dann letzten Endes den Partner entweder eingeschrieben oder halt nicht, ja. So, und jetzt könntest du dir im zweiten Schritt einfach mal überlegen, okay, wie kann ich denn diesen Prozess, den ich sonst immer mache, wie kann ich denn diesen Prozess verbessern, damit einfach am Schluss, ja, mehr rauskommt und ich effektiver und effizienter einfach arbeiten kann, ja. Welche Teile von diesem Prozess kann ich zum Beispiel automatisieren und dann könnte der Prozess so aussehen, also der gleiche Ablauf, ja, nur du hast jetzt den Kontakt hergestellt, zum Beispiel über Direktkontakt ein persönliches Gespräch, aber du hast den Prozess schon so weit automatisiert, dass du, ja, zum Beispiel eine Anzeigenwerbung geschaltet hast und hast dort einen Link auf eine Landingpage, eine Leadcapture-Seite gemacht, ja, oder hast einen Flyer gestaltet, wo ebenfalls auf die Leadcapture-Page verweist, wie auch immer, ja. Im zweiten Schritt kommt dann dieser Interessent, das heißt, du lädst den Interessenten jetzt nicht mehr, ja, direkt auf die Informationsveranstaltung ein, sondern du sorgst erstmal dafür, dass sie auf eine sogenannte Leadcapture-Seite kommt, wo du ihr etwas anbietest, das ihr Problem löst, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Hausfrau gesprochen hast, die, und du hast festgestellt, die möchte ein paar, äh, 100 Euro im Monat einfach dazu verdienen, dann leitest du sie eben halt auf eine Seite weiter, ja, wo eben dieses Problem gelöst wird, wo sie weitere Informationen nachhalten kann, dann trägt die Person sich dementsprechend dort ein, hinterlässt also ihre, mindestens ihre E-Mail-Adresse dort und fordert eben weitere Informationen an. Und jetzt startet eben dann dieser, ja, automatisierte, ja, Prozess. Vielleicht hast du aber auch mit der Person vorher gesprochen, ja, und der Interessent bittet dich darum, weitere Informationen zuzusenden, dann kannst du natürlich direkt zum Beispiel über das Smartphone oder, ja, oder, also über das Smartphone sich die Person auf der Seite eintragen lassen oder, ja, wenn du dir vielleicht auf einer Visitenkarte bestätigen lässt, dass sie diese Informationen wünscht, dann einfach auch direkt über deinen Anbieter, ja, die Daten dort hinterlegen. Und dann startet eben im Prinzip dieses Follow-up, also das kannst du über E-Mail-Marketing super gut automatisieren und siehst dann auch immer, ja, welche E-Mail, also je nach E-Mail-Marketing-Anbieter, aber die meisten haben das, siehst dann auch, okay, wie hat die Person sich die Information angeschaut, in welchem Step befindet sich die Person gerade, ja, in welchem Step dieses Prozesses ist sie gerade unterwegs, welche Informationen besitzt sie und, und, und. So, und dann sendest du eben automatisiert, du hast das Ganze einmal erstellt, einfach vertrauensbildende Informationen zu und der Interessent durchläuft halt eben diesen Informationsprozess, baut dadurch Vertrauen zu dir und deinem Unternehmen auf und nachdem der Interessent dann den Prozess durchlaufen hat, kannst du ihn nochmal kontaktieren, ja, kannst die Person, ja, zum Webinar einladen oder wenn du offline arbeitest halt, wobei ich immer eine Kombination aus beidem empfehlen würde oder lebst halt die Person zu einer Informationsveranstaltung ein oder dann eben halt zu einem Beratungsgespräch, wo es dann halt eben darum geht, ja, dann den Abschluss zu machen und dann schreibst du eben einfach den neuen Partner ein. Der Vorteil ist, wenn du diesen Prozess, ja, automatisierst, ja, dann kannst du, ähm, dann kannst du, ja, dich einfach darauf fokussieren, ja, ja, Menschen in diesen Prozess zu rekrutieren, ja, das heißt, ähm, du musst nicht mehr jeden Step, ähm, du musst nicht mehr jedes Gespräch selbst führen, sondern du konzentrierst dich drauf, dein Marketing so zu verfeinern, so zu verbessern, dass immer mehr Menschen in diesen Prozess hineinkommen, ja, und, ähm, konzentrierst dich dann hinten drauf, entweder, also entweder machst du den Prozess so, dass, ähm, der, der, der Partner sich selbst einschreibt, ja, automatisiert, ja, oder, dass du ihn in ein persönliches Gespräch dann bekommst, nochmal die letzten Fragen klärst und dann hast du eben nur noch mit Interessenten zu tun, die bereits vorqualifiziert sind, die vorinformiert sind und was das bedeutet, das brauche ich dir ja nicht sagen, weil es ist ein Unterschied, ob du 20 Gespräche am Tag führen musst und davon sind 18 Menschen, äh, die gar kein, die, die noch gar nicht, äh, die vielleicht gar kein Interesse an deiner Tätigkeit oder, oder an deinem Produkt oder an deiner Dienstleistung haben, ja, oder ob du vielleicht nur mit 5 oder 10 Menschen sprichst am Tag, die aber vorinformiert sind, wo du einfach ein konstruktives Gespräch führen musst und dann einfach nur noch, ja, ähm, die Person dazu bringen musst, dass sie eben dein Produkt, deine Dienstleistung kauft oder, ja, sich eben als Vertriebspartner bei dir einschreibt, ja, das sind, äh, zwei völlig unterschiedliche, äh, Herangehensweisen und, ähm, da kannst du einfach für dich entscheiden, was dir denn lieber wäre und ich gebe zu, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen stark vereinfacht, aber letzten Endes wollte ich dir damit einfach nur zeigen, wie wichtig ein Prozess ist, ja, und, ähm, wie du so einen Prozess mit Leben füllen kannst, ja, und, ähm, letzten Endes geht es darum, dass du jetzt einfach anfängst, dass du startest, ja, weil, ähm, du musst denn auch nicht im Detail, äh, jetzt im Vorfeld schon kennen diesen ganzen Prozess, ja, sondern fang an, diesen Prozess Stück für Stück aufzubauen und immer wieder, ja, zu verbessern, weil eins ist auch klar und das soll eigentlich so diese Botschaft dieses Videos sein, du brauchst einen Prozess, durch den jeder neue Kontakt gehen darf, ja, und das, und den du halt immer wieder, immer dann, wenn du ihn brauchst, ja, Tag ein, Tag aus praktizieren kannst, ja, also wichtig, definiere jetzt deinen Prozess, schau, was du davon automatisieren kannst und dann leg los und optimiere den Prozess so lange, bis du deine gewünschten Ergebnisse dadurch hervorgebracht hast. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst, ja, ähm, ich werde dir auch den Link unterhalb des, äh, zu diesem Artikel unterhalb des Videos, äh, verlinken und, ähm, ja, wenn du weitere, äh, Tipps bekommen willst, dann trag dich einfach hier zum Beispiel über, ähm, ähm, über diesen Link, ähm, ja, in meinen, in meinen Newsletter ein, hol dir weitere Informationen oder Besuch eines meiner Webinare und wie gesagt, hinterlass mir einen Kommentar, wenn das Ganze für dich hilfreich war und wenn du, ja, ähm, das Ganze für sinnvoll erachtest, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du das mit deinem Netzwerk teilst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, ähm, beim Umsetzen, move forward, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao. Musik Musik